Gitchy Leute! Willkommen zu einer Spezialverschrift von G.A.N.A.S.T.A.S.T.A.F.S. Und dieser Läte nennt sich Zieberstürmer. Ich glaube... So... Mal nach vorne auf die Sonne aus... Kleines Danksagen ist für die Leute, die das ermöglicht haben. Also... Die... 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 Die machen die ganzen Ohlen irre. Die das einfach in der Schmutz... AAAAAAALALALALA! Ja... Ein... Schm... Habt ihr gesehen? Übersehen. So... Oh! Was ist denn nun so? Dass die immer... Alle... Von unten... Äh... Von oben kommen... Ja... Von unten... Oh! Guck mal! Windrädchen! Und das finde ich nur Töten! Oh! Ist geil! Gefällt mir! Wenn ich mich frage... Darum ich sie doch mal gehört habe... Du fettes Viech! Ich hasse Ohlen! Also in den Spielen! Ich meine... Schaut mal... Boah! Ja! Toll! Mach deinen Dash! Und so! Man merkt es sich nachfragendem, oder? Aber ich muss sagen, ich mag die Ohlen nicht so lange nicht! Äh... Weil sie schlägt echt ein, wie sie sind? So! So! Was erwartet mich hier wohl? Ich frag mich eigentlich, dass sie zu tun stattdessen! Achja! Jetzt haben wir natürlich vergessen, was ich sagen wollte! Äh... Äh... Das ist... Äh... 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 Ja... Das krieg ich also auch nicht! Und... Ne... Äh... Ja... Die schon wieder... Ach, die schon wieder gleich liegen! Die zu tödlichen Windrädchen werden! Okay... Eigentlich... Wollte ich den Platt mal rüber... Und... Ui... Ganz nette Pisse! Wollte ich schon wieder nicht so in der Stadt so sein! So... Oder... Und... Wie... Oder? Sorry Leute! Ich hab hier so'n scheiß Fisch! Tja... Mist Fisch! Was fällt ihr ein... Hier rum zu fliegen? Ja... Sorry! Das war der Tod einer Motte! Ich muss ja die Küche mir das jetzt so verderben! So... Wettste wie das? Jo... Toll! Die blöde Eule hat mich... ...irritiert aber... ...in... 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 ... 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